Und jetzt noch hier und das da. Geh mal da weg, du stehst im Weg. Ja, 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 Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich versuche gerade noch zu entschlüsseln, was das kann. Und hier ist ein Körper, ein Trichter in die Dings, eine Initialzündung, okay. Hier haben wir noch einen Hebel. Ja, guck, 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 warte mal. Ja. Ja. Also, das ist jetzt die Maschine hier. Na, guck mal. Hier, Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus, Licht aus. Oh, man kann Licht an, Licht aus. Hier vorne, da, da kann man was reintun. Ja, ja, ich lege mal was rein, so, hier. Ja, wenn man hier noch in den Trichter was reintut, dann läuft es rüber. Aber jetzt hier, schau mal, zack, und da kommt was raus vorne. Nein, nein, da ist was rausgeflogen. Busch. Ja, und guck mal, hier, dieser Repeater mit dem Knopf, das wäre so eine Initialzündung. Und, äh, also, äh, Initial, äh, aber nicht Initialausmachung, oder? Äh, nee. Oh, oh, ich hab grad einen Redstone weggehauen. Ich hab's ausgemacht. Du hast das kaputt gemacht. Ah, 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 Entschuldigung, Entschuldigung. Aber jetzt können wir die Initialzündung nochmal sehen. Guck, wenn ich jetzt hier drück, dann bleibt es an. Alles leuchtet, und da droppt's was, und hier kann ich, hab ich verstanden, an, aus, an, ausmachen, und hier kann ich Sachen reinlegen. Und in den Trichter kann ich auch Sachen reinlegen, und die kommen dann in der Kiste an, ja? Ja, aber nicht, wenn du, wenn du hier einmal jemals, äh, den Knopf oder den Hebel gedrückt hast, ne? Äh, 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 und wenn ich den Hebel jetzt wieder ausmache, dann ist die Hälfte aus. Ja, und jetzt hier, zack, macht man wieder alles an. Okay, das ist alles ganz, ganz toll, Busch, aber beantworten wir eine Frage. Oder drei Fragen. Was ist das? Wofür ist das gut? Und bist du heute Morgen mit dem Kopf aufgestanden? Was ist hier los? Was soll das sein? Ja, äh, ja, ähm, also, im Endeffekt, das, das einzig Gute, was man mit dem Ding hier machen kann, ist das Abreißen. Okay. Und das war unsere heutige Einführung in Redstone Schule. Das heißt, wir sehen uns gleich nach dem Intro und dann mit dem wirklich echten Thema. Bis dann! Und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Redstone Schule. Und wir haben heute für euch mitgebracht sogenannte Itemaufzüge. Ihr kennt das vielleicht, dass ihr viele Items aus eurem Kellerlager nach oben transportieren wollt. Wie es nach unten geht, das ist euch immer relativ schnell klar gewesen. Einfach mit Trichtern schön nach unten transportieren oder ähnliches. Oder ihr schmeißt sie einfach runter und sammelt sie wieder auf. Alles easy, alles kein Problem. Aber wenn das Ganze nach oben soll und dann vielleicht auch vertikal noch ein Stückchen weiter transportiert werden, dann wird die Nummer gleich ein kleines bisschen schwieriger. Und wie wir das Ganze lösen in zwei verschiedenen Vorschlägen, das haben wir euch heute hier mitgebracht. Wir gehen erstmal zu der einfachen Variante und die finden wir hier drüben. Wir sehen hier, was sehen wir denn hier? Wir sehen hier unten eine Glock. Eine Glock, die sich speist aus einem Comparator, der hier den untersten Dropper ausliest. Das heißt, wenn da entsprechende Items drin liegen, kriegt hier der Item Repeater, ja. Wenn hier unten entsprechende Items drin liegen, wird hier der Comparator befeuert, der ein Signal an diesen Block gibt. Der wiederum an diesen Repeater, über das Red Zone in diesen Repeater und seitlich hier in den Comparator wieder rein, was dazu führt, dass wir hier eine Glock haben. Das wird einfach hin und her, bling, bling, bling geschaltet. Hier drüben wird das Signal abgenommen, geht über den Repeater in den Block, der bepowert wird. In die Torch, in den Block, in die Torch, in den Block, in die Torch. Und somit haben wir hier den klassischen Torch Tower vor uns stehen. Den haben wir ja auch letztens erst erklärt. Der immer wieder blinkt an, aus, an, aus. Und obendrauf finden wir eine Redstone-Spur, die jeden einzelnen der Dropper, die hier aufgebaut sind, Dropper, bepowert. Und zwar, wenn die Glock läuft, immer an, aus, an, aus, an, aus. Das führt dazu, dass Items, die wir unten im Trichter werfen, erst von den Trichtern in die Dropper reingeschoben werden, dann von dem wechselnden Signal, blink, 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 hier drinnen nach oben transportiert und dann nach hier vorne transportiert, bis in die Kiste hinein. Gibt nur einen kleinen Haken bei dieser Schaltung, denn Items, wenn hier unten das letzte Item raus ist, schaltet sich die Glock hier aus. Das kann man vermeiden, wenn man eine andere Glock baut, die man selbst an und ausschaltet. Hat den Bedienungsnachteil, dass man halt aktiv an und ausschalten muss. Man muss aktiv dranbleiben. Bei dieser Variante hier ist es so, wenn einem egal ist, dass die letzten paar Items hier in der Strecke hängen bleiben, dann kann man die Variante nehmen. Dann endet nämlich diese Glock ihre Arbeit, sobald hier unten der letzte Dropper leer ist. Man könnte das Signal auch noch mal ein bisschen oder die Glock noch mal ein bisschen verlängern, dass sie noch mal ein paar Schläge mehr macht, aber so ist jetzt erst mal Variante, dass ein paar... Jetzt habt ihr jetzt mal 16 reingelegt. So, 16 rein, ich hüpfe mal da hoch. Ihr habt gesehen, wie die angefangen hat zu ticken, die Uhr. Hier sieht man auch noch die Redstone-Leitung. Jetzt gucke ich mal, wie viel hier oben angekommen ist. Es sind nur 14 angekommen. Das war das, was ich vorhin meinte. Das kommen bei dieser Art Variante. Und je höher der Turm ist, desto weniger werden das oder desto mehr werden das, dass die im Turm hängen bleiben. 14 Stück hole ich jetzt direkt mal hier raus, genau. Ihr seht, es ist nichts weiter gekommen mehr. Auch jetzt nach einem Moment warten nicht mehr. Und jetzt gucken wir mal, wo die anderen geblieben sind. So, da ist nichts, 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 nichts. Da ist einer noch. 15. Nichts. Da ist einer noch, 16. So, da unten dürfte jetzt nichts mehr sein, genau. Also, bei der Variante passiert es halt, sobald die Glocke unten ausgeht. Je höher der Turm ist, desto schlimmer wird das. Es kann auch bei der Größe sein, dass es mal durchläuft. Je nachdem, wie auch die Ticks gerade laufen. Aber an sich, je höher der Turm wird, oder je weiter ihr es nach oben transportieren wollt, desto höher ist das Risiko, dass eine gewisse Anzahl von den Items, die ihr nach oben transportieren wollt, einfach zurückbleibt. Solange es ihr mit dieser Art Glocke betreibt. Hier wichtig nochmal, hier ist auch der Vergleichsmodus aktiv. Immer so am Rande. So, dann, Busch, haben wir hier noch ein zweites Konstrukt. Genau, dieses hier, das garantiert eben, dass die Items komplett durchlaufen. Denn hier ist es jetzt so, hier haben wir wieder eine Glocke, die eben den Repeater selbst deaktiviert. Und hier wird der unterste Spender eben bepowert. Aber hier geht jetzt das Signal weiter. Und zwar haben wir hier jetzt einen Kolben, der das Signal verkürzt. Und zwar auf einen Redstone-Tick. Und diesen einen Redstone-Tick leiten wir jetzt in jeden zweiten Spender hinein. Und dadurch wird dann das Item immer zwei Spender weitergeleitet. Und wenn wir das alle zwei Spender eben wieder neu bepowern, dann kommt das bis vorne in der Truhe an. Ich lege hier jetzt mal direkt meine Kartenschere rein. Zack, zack. Ihr habt gesehen, der Pistons ist hochgefahren. Es gab ein ganz kurzes Signal. Und hier oben ist sie sogar schon angekommen. Richtig schnell vor allen Dingen. Ich nehme sie nochmal raus. Ich gebe sie in den Busch zurück. Und dann stelle ich mich mal an eine andere Stelle, damit ihr seht, wie schnell das Signal da durchgeht. Einen kleinen Moment. Ja, ich lege jetzt diesmal am besten direkt mal wieder 16 Redstone-Blöcke rein. Oder wir machen das so. Ja, dann stelle ich mich mal hier hin. Da sieht man nämlich hervorragend, wie schnell dieser Tick da durchschießt, durch diese ganzen Repeater. Also wenn das keine Lightshow ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist die Länge eines Redstone-Ticks. Weil wir öfter mal von Ticks reden. Da habt ihr das mal gesehen. Und die 16 Blöcke sind alle in kürzester Zeit, also auch schneller als drüben und zuverlässiger als bei der Variante drüben, hier oben angekommen. So, nochmal kurz zum Schauen, wie funktioniert das. Hier unten wird, wie gesagt, das Signal auch abgenommen vom Comparator aus dem Dropper. Das heißt, hier schaltet sich das Ganze auch wieder selbst aus, wenn es leer ist. Sehr praktisch für euch. Ihr könnt nämlich im Keller die Sachen einfach in die Kiste werfen. Ihr könnt euch oben hinstellen, könnt irgendwas anderes in der Zeit machen. Und ihr wisst, die Schaltung geht aus, wenn ihr fertig seid. Ihr belastet den Server nicht unnötig mit irgendeiner Glock. Ihr müsst auch nicht nochmal runter, den Glock auszuschalten oder sonst was, sondern es geht einfach weiter. Dann geht das Signal hier rum. Dieser Signalverkürzer gibt es weiter an diesen Repeater. Das läuft hier in den Dropper rein. Der gibt das Signal wieder an diesen Repeater. Befeuert hier den Block, der dann mit dem Redstone das Ganze nach hier oben gibt. Dann geht es hier drüben weiter. Der holt sich nämlich auch wieder aus dem Dropper hier mit einem Repeater-Signal raus. Wird wieder der Block befeuert, wieder das Redstone. Und hier dann von Repeater, Repeater verbunden bis zum letzten Dropper hin. Und hier oben landet es dann in der Kiste. Da waren die 32 Stück, die der Busch gerade reingelaufen hat. Wenn du dich hier nochmal hinstellst, da siehst du eben, da können die Zuschauer sehen, da sind rechts drei grüne Blöcke und links drei grüne Blöcke. Und das ist im Endeffekt die ganze Magie, die ihr dann noch hier beliebig bis nach oben ziehen könnt. Einfach immer rechts und links diese drei Blöcke und Spender, die einfach nur nach oben zeigen. Das Schöne ist, wir kommen... ...so lange das auf der Höhe ist, wo man es braucht. Genau, wir kommen hier nicht an die Signalgrenze. Also wir kommen hier nicht an die Stärkegrenze. Normal erzählen wir ja immer, wenn ihr weiter nach oben wollt, mit einer Signaltreppe zum Beispiel oder Ähnlichem, dann müsst ihr darauf achten, dass ihr alle 15 Blöcke wieder in Repeater einbaut. Aber das ist hier ja gar nicht der Fall, denn der Repeater ist ja sowieso hier drin eingebaut. Das heißt, ihr könnt gar nicht an die Grenze des Signals kommen, solange ihr das so baut wie hier. Genau. Ja, soviel erstmal zu dem Thema. So, Busch hat hier noch eine Kleinigkeit am Rand stehen. Das zeigt hier nochmal ähnliches Prinzip, aber... Das hier ist jetzt eben eine Pipe, eine Spender-Pipe, Item-Pipe wie auch immer, wo die Items eben ganz schnell durchgeleitet werden. Da werden jetzt hier eben die einzelnen Items auch ganz schnell bis ans Ende durchgeleitet durch dieses Rest-Stand-Signal, wie das drüber liegt. Genau, ihr seht, wie schnell das hochzielt. Das ist relativ zügig. Da geht es aber jetzt nur um den Transport von A nach B und nicht von unten nach oben. Genau, das ist halt eben das, was wir oben auch immer dann angeschlossen haben. Einfach nur zur Veranschaulichung. Genau. Dann war es das auch schon wieder mit unserer heutigen Folge Redstone-Schule. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann natürlich Kanal abonnieren und Glocke aktivieren. Wenn ihr alle wollt, dass endlich Busch zustimmt und in Frage einen Redstone-Experten sich interviewen lässt, dann schreibt das alles schön in die Kommentare hier drunter und gebt ein Like extra für Busch. Und hört nicht auf seine Worte, ja. Er ziert sich noch, aber er wird es irgendwann bestimmt tun. Ganz bestimmt. Er ist ja ein Lieber. Und ja, montagsabends 1.15 Uhr Livestream. Am 26. September um 12 Uhr mittags wird es voraussichtlich meinen Geburtstagstream geben, Teil 1. Und darauf am Montagabend um 1.15 Uhr Teil 2 der Mittagstream für all die, die abends nicht können oder live am echten Geburtstag dabei sein wollen. Und am Abend, Montag 21.15 Uhr, dann nach dem 26. September, also am 28. September, noch der Teil 2 für die, die mittags nicht können, aber auch unbedingt wollen. Ich muss es auf diese Weise regeln, denn mich haben so viele Leute angeschrieben. Bitte mach es doch früh. Die anderen sagen, bitte mach es doch spät. Und da ist das Teilen einfach die einzige Option, die mir eingefallen ist. Wo ich versuche, mich einzubauen, weiß nicht, dass dann die Kamera einfach nah an mein Gesicht ran springt. Ja, daran habe ich nicht gedacht, aber das weiß ich eigentlich. Von daher, macht's gut. Vielen Dank und bis demnächst. Ciao. 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 Ciao.